Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Schön, dass du auf meinen Kanal gekommen bist. Heute möchte ich ein kurzes Video machen über ein Thema, mit dem ich auch immer wieder konfrontiert werde, auch in Schulungen und auch, wenn wir frei rausgehen, fotografieren. Und zwar, ich habe es hier schon in der Hand, hier habe ich ein 135er, ich halte das manchmal ein bisschen in die Linse, ein 135er 1.8 von Samyang an einer Sony A7 III. Also es geht um das Thema 135er Brennweite, lichtstark, 1.8, versus, und das werde ich eben auch immer gefragt, versus 70-200, dem Fall 2.8, also in der lichtstärkeren Variante. Das heißt, das sind so zwei Tele-Brennweiten, eine Festbrennweite, lichtstark, ein Zoom, auch lichtstark, aber natürlich nicht so lichtstark wie die Festbrennweite. Und da kommt öfters mal die Frage, warum hast du nicht das eine oder nicht das andere mit, oder warum, wieso, weshalb, warum ein 2.8 und nicht ein 4er und warum die Festbrennweite, äh, okay. Und um das jetzt kurz mal abzuklären und ein bisschen darüber zu sprechen, habe ich mir hier vorgenommen, euch dieses Video zu machen über diese beiden Linsen. Das ist, äh, das ist, äh, das Sony 70-200 in der ersten Version, also größer und schwerer noch als die aktuelle, dafür leistbarer. Und das ist der Samyang 135 1.8, äh, ja, gibt es aktuell noch immer am Markt. Bleiben wir bei den Festbrennweiten einmal, also bei der Festbrennweite. Bei dem 135er für Sony Bionet, und ich kann es eben jetzt nur für Sony Bionet sagen, weil das ist halt mein System, gibt es, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, zwei 135er. Das eine ist dieses Samyang, also mit Autofokus, dieses Samyang und dann das original Sony G-Master 135, glaube ich auch 1.8, ja. Ähm, das sind also nur die beiden Angebote, die es wirklich gibt, wobei das Sony, ich möchte lügen, aber ich glaube mindestens das Doppelte kostet von dem, äh, von dem Samyang. Ich, äh, also kenne beide Linsen, ist übertrieben, ein Bekannter von mir hat die, äh, die Sony-Variante, ich habe die Samyang-Variante seit, glaube ich, zwei Jahren oder so. Und, äh, ja, wir können beide damit gute Bilder produzieren. Wenn etwas das Doppelte kostet, wird es wahrscheinlich besser sein, also ich möchte dem G-Master auf keinen Fall Abrede halten, ähm, aber ich finde das Samyang auch schon sehr, sehr gut, ja. Ja, also wenn ihr das nicht so häufig verwendet, und ich verwende das jetzt nicht bei jeder Hochzeit, sondern immer mal wieder, ja, also ich habe das nicht immer mit, aber immer mal wieder. Und wenn ich das verwende, kriege ich geile Bilder, ja, ich habe es aber nicht immer mit, weil eben doch ein ziemlicher Brocken. Aber eine Festbrennweite mit 1.8, der Brennweite ist halt leider geil. Ich blende euch dann auch irgendwo ein paar Musterbilder ein, die damit so entstehen und die damit möglich sind. Ja, also die Freistellung ist natürlich schon sehr, sehr, also der Bildlook ist schon sehr, 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 sehr gut. Also wer kein 85er mag, offenblendig, okay, das sind die richtigen Leute, die vielleicht auch mal auf ein 105er oder auf ein 135er schauen sollten. Aber, Nachteil, du brauchst relativ viel Platz, ja, um eine Ganzkörperaufnahme zu machen, oder selbst Teilkörperaufnahmen, musst du schon einige Meter Distanz haben. Und du bist halt unflexibel, ja, also wenn du das nicht hast, du musst halt immer laufen, wenn es geht, wenn es nicht geht, weil irgendwie beschränkt, Mauer hinten, was auch immer, ja, dann ist das vielleicht die falsche Wahl. Aber wenn du, wenn du sagst, ich habe den Platz, ich kann mir meine Shooting-Location gut aussuchen, hm, gute Idee. Im Gegensatz dazu, das flexiblere Werkzeug, 70-200, der Klassiker, also ein Teil der Trinity. Ist auch gut, keine Frage, ist halt nicht ganz so lichtstark, 2.8 zu 1.8 ist schon, ja, doch ein Lichtverlust. Ähm, ist auch nochmal größer, auch nochmal schwerer. Akzent, dass es in der Version 2 nicht mehr so ist, also dass das irgendwie sich näher zusammenrückt. Aber, klar, mehr Brennweite, größer, schwerer. Habe ich auch gelegentlich mit, meistens alternativ, für meine Hochzeitsfotografie, für andere Jobs, wahrscheinlich häufiger, wahrscheinlich häufiger dieses. Weil es einfach flexibler ist, also ob du 70 hast oder 200 hast oder irgendwas dazwischen, hast du halt mehr Möglichkeiten. Das ist richtig. Brenne ich auch gerne ein paar Fotos ein, die ich so mit dem 70-200 gemacht habe. Top-Linsen, das ist ein G-Master, das ist auch eine tolle Linse. Als Festbrennweite bist du tendenziell eher, sag ich mal, hast du eher die schärferen Bilder als mit dem Zoom. Also, von der Bildqualität her würde ich vielleicht eher zum Sony tendieren. Egal jetzt, ob dieses oder die Festbrennweite. Ihr müsst halt mit einem Sony-Preis rechnen. Ansonsten, ganz klar, mehr flexibel, besser. Also, besser. Mehr flexibel, bleiben wir bei der Aussage. Gibt auch davon eine Blende 4-Version, auch in Alt und auch in Neu. Soweit ich weiß, hat die auch eine Makro-Funktion. Das heißt, du kannst relativ gut rangehen. Ist eine gute Geschichte, wäre gerne so... Also, Makro ist kein echtes Makro, aber so ein Telemakro, sag ich mal. Oder wenn du gerne auf Blüten fotografierst oder kleinere Tiere und so weiter, dann ist das eine gute Geschichte. Ich persönlich mache das nicht sehr oft. Mir ist Lichtstärke lieber. Aber das 4-Version ist natürlich auch wieder kleiner und wieder leichter. Und ansonsten kann ich euch zu diesen Linsen... Es gibt übrigens, glaube ich, zu beiden schon Videos hier auf meinem Kanal. Ich verlinke euch die gerne hier oben. Kann ich hier nur sagen... Ja. Weiter geil, ja. Beide gut, sehr praktikabel. Wenn ich mich entscheiden müsste, das eine oder das andere, würde ich mich zum Zoom hingezogen fühlen, weil einfach flexibler. Wenn ich das Zoom schon habe, das andere, weil einfach Bildlook so nicht produzierbar ist. Auch nicht mit dem 70-200. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du ein bisschen an den Bildlook herankommen willst, ist, ganz stark zu zoomen. Das heißt, auf die 200 zu gehen. Offenblende natürlich. Brauchst du noch mehr Abstand. Und dann hast du vielleicht, vielleicht einen Look, der in die Richtung geht mit dem 135er 1.8. Aber eigentlich nicht. Aber es geht in die Richtung. Aber das 135er 1.8 ist schon sehr, sehr... Also vom Look her. So. Das soll es auch kurz gewesen sein. Kurzer Abriss über diese beiden Objektive. Wie gesagt, ein paar Bilder folgen hier. Oder blende ich sie euch schon vorher. So laufen die mal ein. Wenn euch das interessiert, das 135er oder auch 1.7 200, schaut es weiter auf meinem Kanal. Da gibt es auch andere Videos zu dem Thema. Und es gibt ganz viele Videos rund um die Fotografie. In dem Sinne, bleibt es mir aber gewogen. Immer gut Licht. Viel Erfolg in der Fotografie. Ich wünsche euch der Fototrainer. Servus, Tschüss und Papa.